Ah, und FIFA-Karte. Achtung, festhalten, jetzt wird es wild. Warum, sage ich euch einfach. Niklas Witzel im Sommer ist schneller als Cristiano Ronaldo. Es ist verrückt, aber auch nicht nachvollziehbar. Was dann aber wieder nachvollziehbar ist, dass ich schneller als Lionel Messi bin. Was los, Langer? Wo sind die Hater? Naja, trotzdem bist du nicht besser. Ja, ach was, du Dummkopf. So, schauen wir uns mal die Karte an von mir. Respektlose Karte. Respektlose Karte. Also, no cap, ich sage euch die einzigen Punkte, die mich sehr kritisieren. 82 Tempo. Ja, Manjek schneller als Cristiano und schneller als Messi. Ich glaube, man muss sich nicht beschweren, ja. Ich glaube, man muss sich nicht beschweren. Was gut ist, das neue FIFA-Bild ist mit Bart. Man sieht es schon. Mit Schnorri. Aber 68 Physis, come on, Bruder. Gib doch diese 75. Gib doch diese 75. Ich knall dir jetzt 60 Liegestützeln. Auf jeden Fall, ich bin auch ein bisschen traurig. Bruder, die haben auch meine Haare da, so geisteskrank. Also, Bild definitiv besser, Bart definitiv besser, aber spielbar. Also, eins im Chat, wer weiß, was hinten rechts gesetzt ist. Wenn ich einen von euch in der Weekend League treffe, mit hinten rechts Sommer, kann sein, dass ich den Wind schenke. Mit der Karte, würdet ihr euch freuen? Ich sage ehrlich, ich freue mich nicht. Aber ich freue mich aus der Perspektive nicht. Mein Traum war es immer, irgendwo, wo ich so 16, 15 war, dass ich unbedingt mal auf FIFA sein will, beziehungsweise mich als Person in FIFA gibt. Ich habe damals immer diese eigene Spiele erstellt und habe mich selber auf FIFA gemacht. Jetzt habe ich es irgendwo auf FIFA geschafft. Also, irgendwo bin ich auch schon unglaublich stolz. Aber diese 38, die haben übertrieben. Habe ich ein Bein verloren? Joack! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann geht's! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Hier ist die Nummer 2!